Also da wird meistens Russland einfach mit Putin gleichgesetzt, also das heißt, da wird aktiv natürlich eine Dämonisierung der Person Putins betrieben, weil einfach das ist Putin, der will Macht und das sind alles Sachen, die von ihm befohlen wurden. Also die autoritäre Figur, die wirklich alles anordnet, was vor allen Dingen schlimm ist und dann werden vor allen Dingen aktuell immer mehr Horrorszenarien natürlich beschworen, also da sind sie dann immer versucht, so auf der einen Seite wollen sie Hoffnung lassen, dass die Ukraine doch noch gewinnen kann, auf der anderen Seite wollen sie aber auch die Stimmung in der Bevölkerung entsprechend beeinflussen, dass man sagt, naja, wir müssen die halt noch stärker unterstützen, weil da gibt es dann so, für die Ukraine wird es knapp oder die Hoffnung schwindet, also das heißt, das sind immer so, ähnlich der Dramaturgie in einem Film wird da einfach sehr stark narrativisiert. Oder eine Schlagzeile, an die ich mich erinnere, ist, diese Horrorwaffen setzt Putin jetzt ein. Also das ist so, von Horrorwaffen zu sprechen, ist eigentlich ein Pleonasmus, ja, weil jede Waffe dient nun mal dem Zweck, Menschen auszuschalten und das machen sie dann mehr oder weniger effektvoll, aber es sind alles Horrorwaffen, der ganze Krieg ist Horror und dann solche, ja, emotionalen Phrasen da reinzubringen, zeigt halt, da wird, da wird ein Gefühl angesprochen. Also da will man, da will man eine gewisse Stimmung in der Bevölkerung wecken, da will man Rückhalt erzeugen für Waffenlieferungen, für ein Fortsetzen dieses Kriegs, denn angeblich könnte die Ukraine ja gewinnen, wenn man nur. Und dieses wenn man nur ist halt eigentlich kaum zu bestimmen. Ja, da hast du absolut recht, das ist ein typisches Merkmal der Kriegspropaganda, dieses der Feind setzt verbotene und besonders schlimme Waffen ein. Ja, also, wie gesagt, es gibt ja Waffen, die international geächtet sind, die von Russland eingesetzt werden, aber es gibt auch Waffen, die geächtet sind, die von der Ukraine eingesetzt werden, wie beispielsweise Streumunition oder Uranmunition oder Kriegstaktiken. Ja, Russland hat in diesem Krieg viele Zivilisten getötet, beispielsweise bei der Besetzung der Vororte von Kiew, Butscha und Irpin. Aber die Ukraine beschießt andauernd, wie ich hatte es vorhin schon erwähnt, die russischen Grenzregionen und dort gezielt Weihnachtsmärkte und Wohnblöcke. Also die Ukraine bekämpft dort keineswegs die russischen Truppen, sondern sie bekämpft dort alles an Infrastruktur, was irgendwie da ist. In Donetsk beschießt die Ukraine seit 2014 Wohngebiete. Das war auch ein Grund, warum Russland unter sehr hohen Verlusten AfDFK erobert hat, weil aus dieser Stadt ständig das Stadtzentrum von Donetsk beschossen wurde. Also das sind alles Dinge, die hierzulande nicht erwähnt wurden. Da heißt es dann nur, Russland setzt verbotene Waffen ein, Russland bringt Zivilisten um, was die Ukraine genau das Gleiche tut, beziehungsweise das in einer noch exzessiveren Art und Weise macht. Das kommt in der hiesigen Berichterstattung nicht vor. Ja, zumal eigentlich die Ukraine sich das ja auch gar nicht leisten kann, weil eben, wie man weiß, seit Jahrzehnten ist es aus taktischer Sicht sinnlos, Zivilisten zu töten. Ja, das bringt einen nicht weiter. Das heißt, das schwächt nicht den Widerstandswillen des Gegners, sondern das macht einen eigentlich nur verhasster und ist, wenn man es jetzt ganz, ganz kalt betrachtet, Munitionsverschwendung. Also, warum macht man sowas? Ja, um Chaos zu erzeugen und um dem Westen zu zeigen, hey, wir können Russland noch angreifen, beziehungsweise vielleicht auch, um Russland zu unüberlegten Gegenaktionen zu provozieren. Also, man kann nur spekulieren, aber dieses Beschießen der Zivilbevölkerung in Donetsk, das Verstreuen von Blattminen, also man muss sich das mal vorstellen. Die Ukraine streut dort in den Wohnbezirken von Donetsk sogenannte Blattminen ab, also solche Minen, die du im Herbst beispielsweise mit Laub verwechseln kannst. Also, die werden dann im Sommer in grüner Farbe und im Herbst in gelber oder oranger Farbe abgeworfen. Das heißt, du fasst die an und dann wird dir die Hand weggesprengt. Also, das, ja, wir brauchen gar nicht drüber reden. Krieg ist an sich ein Verbrechen und Waffen sind an sich etwas Schreckliches. Aber das sind doch Angriffe, die sich gezielt gegen die Zivilbevölkerung richten, von denen aber hierzulande einfach nicht berichtet wird. Ja, natürlich, weil es ist ja, man hat ja sehr, sehr viel Mühe darauf verwendet, um Russland, also die russische Bevölkerung, eben um das alles gleichzusetzen. Das heißt also, Putin ist Russland, Russland ist die russische Bevölkerung, Russen sind Orks und die verdienen keine Menschenrechte. Das sind alles, ja, bösartige Tiere, die die Ukrainer auslöschen wollen und so weiter. Also, das heißt, da hat man ganz starke Bestrebungen geleistet, damit das in den Köpfen der Menschen ankommt und damit einfach diese Verbindung sofort da ist. Oh, die Russen tun schlimme Dinge, moralisch verwerfliche Dinge. Das heißt, alles, was man den Russen antut, ist gerechtfertigt. Alles, was die Ukrainer erleiden, oh nein, da leidet ein, ja, ein europäisches Volk, sozusagen. Also, da wird natürlich mit zweierlei Maß gemessen, ja, weil beide Völker verdienen es, dass sie nicht attackiert werden, ja. Also, das sind gleichwertige Völker und es ist furchtbar, was da passiert. Aber das kann man halt nicht in irgendeiner Form, ja, man kann nicht sagen, dass die eine Seite, dass das, was die eine Seite macht, viel, viel schlimmer ist als die andere. Weil beide bekämpfen sich da aufs Peterste. Ja, natürlich, Krieg ist immer ein Verbrechen und das wird in den hiesigen Medien aber ganz anders gesehen. Hier wird diese Lüge vom gerechten Krieg erzählt, hier wird diese Lüge davon erzählt, dass die Ukrainer eigentlich sterben wollten. Da frage ich mich, woher kommen die ganzen Videos von Menschen aus der Ukraine, die zwangsrekrutiert werden? Woher kommen die zehntausenden Ukrainer, die an der Grenze aufgegriffen wurden, weil sie eben nicht bereit waren, für dieses westliche Marionettenregime da zu sterben? Also, woher kommt das alles und wie gelingt es unserer Propaganda, diese ganzen Widersprüche auszublenden? Indem sie sie, wie du sagst, ausblenden. Also, sie veröffentlichen nicht das, sondern sie stützen sich eigentlich einzig auf Quellen aus der Ukraine oder aus NATO-Kreisen oder aus ukrainischen Quellen. Also, das heißt, russische Medien sind ja verboten, auch wenn natürlich, natürlich so wie bei jeder Kriegspartei, Desinformation betrieben wird, aber einfach die russische Perspektive und auch die Dinge, die in Russland mit der russischen Bevölkerung und so weiter passieren, das kommt halt einfach nicht vor. Das wird mittlerweile komplett ausgeblendet, weil man ihnen von vornherein einen Bias unterstellt, der ihre Perspektive einfach ausschließt, der es nicht wert macht, ihnen auch nur im geringsten Gehör zu geben. Ja, das ist doch sehr interessant. Würdest du sagen, ist vieler der hiesigen Propaganda schwerer, so leicht die Menschen zu desinformieren, wenn russische Kanäle wie Russia Today oder Sputnik hier frei verfügbar wären? Hm. Es ist natürlich so, dass, ja, die Frage ist, ob sich dann eine gesunde Mitte ergibt. Ich glaube es fast nicht, weil beide Seiten, ja, sowohl Ukraine als auch Russland, haben natürlich ein Interesse daran, dass sie ihre Interessen möglichst plausibel der Öffentlichkeit verkaufen. Das heißt, die Frage ist, kann es vor allen Dingen in einem Krieg ausgeglichene, vernünftige Berichterstattung von Seiten der Russen geben, wie auch von Seiten der Ukrainer? Ich weiß es nicht. Also, wenn man natürlich, so wie wir, jetzt eine geringere Angst hat vor der Berichterstattung, auch wenn sie unausgeglichen ist, dann würde es Sinn machen, ja, natürlich. Ich weiß nicht, wie viele Menschen damit so, ja, zurechtkommen, wenn du plötzlich dann so russische Berichte über ukrainische Verbrechen und so weiter hast, dann, ui.